Startschuss, 200 Meter der Frauenbehinderten TV, 34 bis 38. Aufbahn 2 sehen wir Nicole Nicolaitic Band 3, Katrina Harten Band 4, Claudia Nicolaitic. Der Stadionrekord übrigens hier liegt bei 30,80 Sekunden. Noch eng beieinander, Katrina Hart, Leichtentführung. Ich denke, sie wird das bis ins Ziel retten. Jawohl, sie gewinnt in der inoffiziellen Zeit von 30 Sekunden.